Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video, meine Freunde. Wir zocken jetzt hier erstmal ne Runde wieder. GTA LSPDFR, meine Freunde. Also das ist für mich neu hier, ne? Also, äh, ne? So, dann gehen wir mal in die Geräusche hier und suchen uns ein schönes Fahrzeug hier aus, ne? So, dann gehen wir mal in die Geräusche hier aus, ne? Also, meine Freunde, wenn es euch gefällt, ne? Dann lasst doch gern einfach ein Like und ein Abo da. Und also, die Geräusche hier aus. Das war's für heute. So, dann machen wir mal hier so eine schöne Verfolgungsjagd auf die Autobahn rauf Oh, dann geht's hier ab So, und ich hoffe, es gefällt euch, meine Freunde Ihr lasst ein Like und ein Abo da, würde ich mal sagen So, wir sind gleich da, hier kommen So, wir sind gleich da, hier kommen Scheiße Um So, wir sind gleich da, hier kommen So, wir sind gleich da, hier kommen So, komm, Alter, dich kriegen wir jetzt Hoffe ich doch zumindest Oh Er war wohl ich doch nicht gut genug Ja, nimm mich das auch hier einfach, ey Jetzt Fahren wir mal kurz hier zum Revier Lassen wir das Ding mal auftun Und dann Und dann Kommen wir hier mal weiter, ne Ja, meine Freunde, ich hoffe, es gefällt euch Und ihr lasst ein Like und ein Abo da So So Do, 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 do Waren wir kurz zum Revier Oh Kurz einparken hier Oh Aus Wieder Jetzt ist das Auto fertig Und dann schauen wir jetzt mal hier Hä? Ich habe das Auto doch getunt Achso, ich bin so rausgegangen Ja, okay Dann kann man es Ja, jetzt Aber irgendwo hier steht auch meistens nur ein Dings Ein, 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 hier, ein, sag mal schnell Bugatti Was ist hier? Warte mal, schauen wir mal Na, so, das sieht auch geil aus Oh, das ist mir geholfen Oops Oh In die Geräusche. Mal auf Tune. Und Rinder. So. Oh, come on. Oh, come on. Oh, hier warten wir mal und gucken jetzt noch mal nach links. Oh, come on. Also der hat ja kein Dings. Oh. 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 Oh, come on. Oh. 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 Er ist schön. Oh, pas mal Evrunde. Und saubere sache oh guck mal der nächste kommt so jetzt gucken wir mal was auch ganz das aber es ist ja da ja We have an officer in need of assistance in, uh, all time for spawn code 3. Dispatch, we got eyes, we're in pursuit. Oh shit! This is Ocean One, we can get that. This is Ocean One, we have the suspect in sight. Tell me, don't run! Fuck yeah! Yeah! It's in the air, now! Suspect is on foot! Nowhere to run! Don't. Move! Just give up! Trust the attack! Give up! Hey! You wanna hit in the back of your life? They should. No way! Scum! Why did you do it again? Why did you do it again? Ah! Was ist das? Du bist unter Arrest! Bist du! Ja Also nächste Dinschen haben wir uns jetzt Oh damn What the hell Sack of Requires in Down here on Finewood Unit 2 Spawn Code 3 3 2 We are on our way Copy that Dispatch We'll find those animals Dispatch Ocean 1 here we can take that if no one else wants it I can't visually ID I need a location Dispatch Purpose site So auf geht's, komm am nächsten hier hinterher So So Mal ob wir noch hinterher kommen hier Alter Also weit sind die nicht mehr Also Kommen wir noch hinterher wahrscheinlich Warum läuft der dann vor mir Idioten, Alter So 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 Was willst du von mir Was willst du von mir Was willst du von mir So 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 rial We have an officer in need of assistance in Rockford Hill. Units respond code 3. Queen 2, we're in the area. Backup needed in Rockford Hill. Respond code 3. Adam 4, copy. Copy, officers in route. Copy that, dispatch. Queen 2, we are on our way. Wo ist er hin? Holy crap! Holy shit! Assistance needed in Rockford Hill. Units respond code 3. Dispatch, this is Ocean 1 responding. Dispatch, we have the suspect in sight. Theー Alter,ız han, man. Du... Das Korb! You silly raven-coupled Um Was ist das denn für ein China Solo hier? Wo ist er denn? Da unten ist er, ok Da waren wir jetzt mal in Duo Also mit Dings wäre ich schon besser, 18 Sekunden habe ich noch Oh ja, wir haben einen China-Listing Aber ich bin jetzt bei mir Also ich bin ich, mich für ein China-Listing Gimm mir den Geld, oder? Nein, das ist so. noch mal krankenwagen ist da alle da jetzt geht es hier los genau was wir machen können das kann ich euch nicht sagen weil wir es auch da voll im programm hier mal sehen mal sehen was ich machen kann noch okay look up and a computer police okay Ich muss jetzt erst mal mein Auto rüber gehen Ich muss jetzt erst mal mein Auto rüber gehen Ich muss jetzt noch ein Auto rüber gehen Aber ich muss jetzt noch ein Auto rüber gehen Ich muss jetzt noch ein Auto rüber gehen Und dann Ich mach mal mal so Was ist das? Ja, das Problem ist Die sind nicht so schnell Wenn die schneller werden, dann wäre das viel besser Gehen wir mal in den Ego Modus Wollen wir mal hier so ein bisschen Action Gucken wir mal hier So, so, so Oh, wieder rot Na ja, mein Satz Obwohl ich keinen Einsatz habe Na ja, mein Satz Was ist hier nicht so schnell Und jetzt Oh, nå Oh, kontrollieren wir ihn mal, ja. Also mit dem Computer. Okay. Also ich muss gedrückt halten, okay. Ja, das ist okay. Ja, aber nur ein Schatz. Ganz weit auf mein Kollege. Oh, weiter. Oh, ich weiß, wo wir entfahren. Jetzt fahren wir in die Strowfoot, kontrollieren da die Leute und da wird es sowieso immer Ärger geben. Hallo, ich möchte dich haben, bitte. Ich möchte dich haben, Kollege, komm raus hier. Jetzt meiner. Bin ich nicht so auffällig. So, jetzt fahren wir mal hin in die Strowfoot. So, jetzt fahren wir mal hin. 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 2 so jungs, können wir kommen? oh, da kommt dein Bus da kommt noch einer 100-Code 3 der armer durchdrucken hast du noch irgendwas? ne? ne? oh ne? 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 You're a bitch, I'll whoop you boy! Fuck! We need backup. Well, I'm in the same bag, nigga! This is the last thing we need. Yeah, yeah. What a nice thing. Then back, we have a minute. Go! Go! Oh, mein Gott! Damn, Gunn's oldest killed! Give it up! Oh! You're screwed! Mama Jäga, eh! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich sehe, ich habe meine Jungs hier alle in Kontrolle! Wer kommt denn jetzt? Ja, doch! Irgendwann kommt, okay! Dispatch, wir haben ein Visual! Hier, kontrolliert die mal! Guckt mal, ob die leben noch! Wo ist denn eigentlich mein Auto hin? Hä? Ja, und außerdem, warum habe ich ein Stern? Das verstehe ich nicht! Äh? Äh? Das verstehe ich nicht! Warum? Du bist ein Stück von Sinnen! Wo war's hier, Alter? Ja! 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 hier und ich brauche mich ein sterne ab das verstehe ich nicht oh komm mal mein ding gibt es da nicht mehr F.E.I. Buffalo hm warum habe ich einen sterne ich kann nicht arbeiten gegen kollegas warum warum kann ich nicht arbeiten das verstehe ich leider nicht hm 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 ich bin jetzt auf außer Dienst ok mal gucken mal gucken ob ich mir ein auto kaufen kann hm 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 We have a code 99 in Rancho, units respawn code 3. Victor 13, we're at the little coffee shop around the corner. I can't see you! Get in there! I got you! Egal, ich bin einer von euch, ihr alle Idioten. Hm. Mein Gott. Ach so, okay, ich hab ihn geschlagen, jetzt bin ich weg. Okay. Jetzt kann ich Aufträge wieder nehmen. Okay. Spawn code 3. Spawn code 3. Ich hab ihn nicht. Oh, ich hab ihn mal in. Ich hab ihn nicht. So, gib ich mich hier, ihr alle. Targets sind auf der Flüge, in Little Soul. Die Ausgabe an in Little Soul. Copy that, Dispatch. We'll find those animals. Roger, Kay! Copy, Dispatch! Will assist! Don't make me use this! Dispatch, we have the suspect in sight! One done move, asshole! Not your lucky day, pal! Oh, okay, diemung! Oh, 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 oh. Denver! You're a crazy! A minute! Dammit! Gah, look out! That ain't good! Hello, boys! Das mag ich sehr. Dispatch 1183, Suspect vehicle involved! Dispatch, we have the suspect in sight! Hä? Oh, my fucking God! Oh, shit! We're gonna get away! Ha! Let me see those hands! I'm gonna put you down! Run, little jerk! Okay, mora! Okay, mora! Oh, it's over for you, shit-der! Hands out now! You're gonna hunt you, just give up! Hope your ass is ready for all those big boys! Oh, so geht das doch mal bei dem anderen Gehen, ne? Oh, well, don't make me use this! Hey, jackass! Move, or I'm bringing you in! The greatest country on earth doesn't take kindly to criminal scum! Be strength! Hey, jackass! What are you doing here? Hey, jackass! What are you doing here? Do you want to get it in gear, or what? You have the right to shut the fuck up! Who is the right to shut your ass up! We were going... I'm a lawyer, remember? I'll shoot your ass and beat... I'll shoot your ass and beat... I love you! We're in line! Here this is, Raja! Okay, let's go! So, dann kontrollieren wir ihn immer hier, ne? Hallo? Copy das, Dispatch. Adam-6, Copy. Wir schauen uns das. Dammit, bleiben Sie mit mir! Los geht's! LSBD, schau mal dein Auto! Schau mal dein Auto! Hallo, da. Das ist verdammt! Oh, wieder im Bankraub. Los geht's, äh, hier soll echt jemand los. Im Centro-Pro-Pro was cool. Schau, höre ich das, hoffentlich. Ja, ich muss mich schaffen. Ja, ich muss mich schaffen. Ja, ich muss mich schaffen. Suspect slot seen in a dark gray van. Assistance required in downtown Finewood. Respond code 3. Copy that, moving right now. Copy that! On the way! Dispatch, we got a visual on the perp, in pursuit. Adam-4, Copy. Dispatch, we got eyes, we're in pursuit. Dispatch, we got eyes, we're in pursuit. Dispatch, we got eyes on the target, moving to engage. Link's head, hit, red! LF's fucking VZ! Pull the fuck over! Diktok ass, man! Come here. Jetzt komme ich hinein von der Straße, ist mega geil. Jetzt kommen wir wieder. wie viele hier sind, Alter, das ist doch nicht normal wollen die euch streiten, wer da ins Auto geht, oder was? hallo genau, fangen wir deinen Auto hier weg Alter, Alter, hallo Jungs was macht ihr denn da? Alter, schulde sehr schön so, ich fahr jetzt wieder was ist das denn? ach so, von Trevor ist die Immobilie, ach so, okay so, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück so, wache so, okay so, okay so, okay so, okay so, okay so, okay und die euch noch oh, Jungs oh, dann Möchte jetzt gerne bitte zurückzuwachen. Dankeschön. 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 Ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nee, ich habe keinen Bock mehr auf den Auftrag. Oh, da, oh, man. Oh, da, oh, da, oh, da, oh, da, oh, da, oh. Aha, ein Empty Fist, okay. Dann gehen wir erst mal nach oben. Oh, dann gehen wir mal auf den Außendienst hier. So. So. Oh, da, oh, da, oh, da, oh. Oh, da, oh, da, oh, da, oh, da, oh, da, oh. Das ist wirklich mal ausprobiert jetzt. Aber machen wir mal. Den Stamurus. Du. Und dann du. Okay. Wartet mal kurz. Nee, ich würde ja. Das hier. Okay. Okay. Oh, ja. Oh, ja. Ich werde es mal ausprobieren. Oh, ja. Hier sieht das nicht. Ich habe gerade ein Mod Menü offen. Oh, ja. 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 so jetzt aber wie ist der denn kaputt nicht nämlich das auto Oh, das Solo ist heil, so. So, give me all the weapons. So, why do I have no weapons here? So, mit F4, ne, war das? Ne. Zwei. So, das Clip. F7, F8. Zwei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Snow, 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 Blizzard, Snowland, X, Xmas, Halloween, Xmas, Sunny, Xmas, Sunny, are you in power? Hoch, kieler, nein. Ah, da war es nie gegen hier ab. Jetzt ist alles in die Luft geflogen, oder was ist hier los? Oh? Ah! 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 Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin mir so nervös und action für life. So, jetzt gehen wir mal rüber, kurz glaube ich, wenn er das macht, das weiß ich eben nicht. Vielen Dank. Oh, wo ist er jetzt? Ach, dann wieder hier. Der Lied. Ich weiß nicht, ob er jetzt in den Online-Sitzung reingeht oder nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. Ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder, okay? Ich hoffe, es geht euch gut, meine Freunde. Haut rein. Ciao, ciao. Ja. Vielen Dank.